Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 38.275 US-Dollar. Wir hatten gestern nochmal einen enormen Push nach oben. Wir sehen es hier. Wir wurden gestern wieder rejected an unserem ehemaligen Monats-Pivot. Neuer Monat, neue Pivots. Darauf werden wir jetzt auch mal genauer eingehen. Ich würde sagen, wir fangen sofort mit der Chart-Analyse an. Wie gesagt, momentan ungefähr bei 38.300 US-Dollar. Ihr seht hier, wir hatten hier unser Ascending Triangle. Nehmen wir jetzt mal den ehemaligen Pivot als Widerstandslinie. Wurden wir hier mehrmals jetzt wieder rejected. Volumen ist gestern ein bisschen angestiegen. Wir haben hier unten den RSI, der auch ein bisschen angestiegen ist. Aber essentiell wichtig war, wir sind nicht über diesen Monats-Pivot gekommen. So, neuer Monat, neues Glück. Im Endeffekt, unser neuer Monats-Pivot jetzt erstmal liegt bei ungefähr 39.800 US-Dollar. Und der nächste Monats-Widerstand R1 ist dann bei ungefähr 46.000 US-Dollar. Nach unten hin haben wir unseren Monats-Support S1 bei ungefähr 31.600 US-Dollar. Heißt, hier unten die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, dass wir hier nochmal in den Bereich gehen. Das ist auch immer noch der Bereich, den ich im Auge behalte. Beziehungsweise hier die 33.000 beziehungsweise 32.000 US-Dollar. Kurzfristig, wie gesagt, wurden wir jetzt erstmal rejected. Wir sehen hier eine kleine rote Kerze. Nachdem wir hier erstmal diesen Anstieg hatten von unserem Golden Pocket hier unten, also wenn man das FIP-Level von hier unten nach hier oben zieht, waren wir gestern zweimal im Golden Pocket. Das habe ich auch in der Telegram-Gruppe gesagt. By the way, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Der Link ist wie unten in der Videobeschreibung. Ansonsten abonniert auf jeden Fall den Kanal. Ja, die 4-Stunden-Email-Ribbons sind hier jetzt mittlerweile bullisch geflippt im 4-Stunden-Chart. Also es ist gut möglich, dass wir jetzt erstmal die hier unten nochmal antesten, vielleicht diesen kleinen Bereich hier nochmal füllen. Und dann bei ungefähr 37.700 US-Dollar einen neuen Schwung zumindest nach oben hin erst einmal bekommen. Wichtig ist immer noch diese 1-Stunden-Supply-Zone, die weiterhin als Widerstand agiert. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass unser ehemaliger Monatswiderstand, also dieser ehemalige Monats-Pivot auch weiterhin nochmal als Widerstand gilt, bis wir ihn zumindest durchbrochen haben. Ansonsten weiterhin wichtig, diese Zone hier unten im Bereich um 36.000 US-Dollar. Gut möglich, dass wir hier auch nochmal ein bisschen Liquidität, vielleicht nochmal ein tieferes Tief hier bilden. Wir haben nämlich auch bisweilen immer noch kein höheres Hoch. Also das hier ist immer noch unser letztes Hoch, sage ich mal, bei ungefähr 38.900 US-Dollar. Das haben wir bisher noch nicht getoppt. Heißt, wir sollten auf jeden Fall ein höheres Hoch bilden. Die 1-Stunden-Supply und dann in Richtung Monats-Pivot kommen. Das macht mir jetzt natürlich ein bisschen Sorgen, weil wir jetzt hier oben bei ungefähr 39.800 diesen Monats-Pivot haben. Deutlicher Widerstand und desgleicher Monatsanfang und dann nochmal direkt über diese 1-Stunden-Supply. Jeder rechnet ja im Endeffekt mit diesen Short-Squeeze. Ob der kommt, ist fraglich. Die Funding-Fees geben es momentan, finde ich meiner Meinung nach nicht her. Wir werden es dann im Endeffekt sehen. Aber ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass sobald wir hier diese 39.200 US-Dollar verlassen, dass wir hier phänomenal nach oben jetzt hier in diesem Bereich um 42.000 US-Dollar steigen. Also wie gesagt, Support-Zonen haben wir hier unter uns auf jeden Fall eine Menge. Also da müssen wir uns erstmal kein Gedanken machen, solange die 36.000 US-Dollar nicht brechen. Ansonsten weiterhin gilt hier unten dieser Bereich um 32.000 US-Dollar auf jeden Fall im Blick behalten. Halte ich weiterhin für möglich oder zumindest hier 33.000 US-Dollar. Über uns, die Widerstände sind jetzt auch klar. Müssen wir wirklich schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Stunden ausgibt. Ob es da jetzt irgendwie mal ein bisschen mehr Schwung reinkommt. Ja, RSI, wie gesagt, wir können mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart nochmal reingucken, weil da sieht man es nochmal ein bisschen deutlicher. RSI ist hier nochmal deutlich höher. Wir hatten auch hier jetzt im Endeffekt ein kleines Doppeltop gebildet. Sehen wir jetzt hier, ist aber nur der 1-Stunden-Chart. Also der Bereich hier, was haben wir gerade gesagt, 37.000 US-Dollar, auf jeden Fall mal im Blick behalten. Hier liegen auch die 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Ansonsten können wir uns jetzt gerne mal ein paar Altcoins angucken. Fangen wir mal an mit Ethereum. Mal das Bild ein bisschen klarer machen. Ich hoffe, ihr seht das alle so. Was wichtig war. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal ein höheres Hoch gebildet. Volumen, absolut Mangelware. Also kein wirkliches Kaufvolumen hier drin, wo ich jetzt sage, okay, ja, das war Breakout-verdächtig. Wir haben unser Ascending-Triangle nach oben hin verlassen und sind jetzt hier über diese andere Widerstandslinie. Ihr seht es hier drüben. Da war es Support, hier war es Widerstand. Da bouncen wir jetzt momentan ein bisschen rum. Also wird interessant, ob wir die Zone hier wirklich halten können oder ob wir nochmal einen kleinen Retest sehen von unserem Ascending-Triangle. Mittlerweile sollten wir jetzt hier einen Retest dann sehen, die 4-Stunden-Email-Ribbons auch in diesem Bereich sein. Wir könnten mit der nächsten 4-Stunden-Candle die auch in grün flippen. Also wäre gut möglich, dass wir dann hier erstmal einen Bounce sehen bei ungefähr 2600 US-Dollar und dann auch den Monats-Pivot in Richtung 2900 US-Dollar in Angriff nehmen. Wäre eine Möglichkeit, müssen wir aber beobachten, ob das dann wirklich so kommt. Werde ich euch natürlich auf den Laufenden halten. Auch hier, der RSI ist relativ weit hoch und das auf einen 4-Stunden-Chart bei ungefähr 67. Also viel Luft, sage ich mal, nach oben hin haben wir nicht mehr. Beim Monats-Pivot liegt dann auch noch hier so eine kleine Widerstandszone. Das sehen wir hier ganz gut. Also der Bereich bis 2840 bis 2900 US-Dollar ist auf jeden Fall dicker Widerstandsbereich. Danach haben wir Luft, sage ich mal, bis in den Bereich von 3100 US-Dollar. Vorher müssen wir mal gucken, ob wir hier noch einen schönen Retest kriegen und dann eventuell ein bisschen Kaufvolumen reinkriegen in den kleineren Timeframes, um dann hier einen Breakout nach oben hin zu schaffen. Gut, schauen wir uns Cardano an. Cardano, keine Änderungen weiterhin. Hier Bounce ums Key-Level weiterhin. In der Akkumulationsphase brauche ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Solana hat gestern ein bisschen zugelegt. Sehen wir hier auch im Endeffekt hier eine schöne Seitwärtsphase. Das gleiche wie bei Cardano. Und dann hatten wir den Breakout. Auch hier über die 4 Stunden EMA Ribbons hatten wir ewig nicht mehr. Wir hatten es das letzte Mal hier am 13. Januar, aber auch nur kurzfristig. Deswegen wäre es auch hier wichtig, dass wir nochmal einen Retest der EMA Ribbons sehen und dann in Richtung Monats-Pivot bei ungefähr 119 US-Dollar raufgehen. Wir haben hier noch eine ehemalige Widerstandslinie. Seht ihr von hier oben. Da wurden wir jetzt auch rejected. Hier immer wieder Support. Hier nochmal Support, Widerstand und dann jetzt auch wieder Widerstand. Also wird wichtig, dass wir hier nochmal eine kleine Rejection sehen. Vielleicht in Richtung 95 US-Dollar die 4 Stunden EMA Ribbons antesten. Dann rübergehen über diesen Widerstand, den Monats-Pivot sehen, eine Rejection auf diesen ehemaligen Widerstandsbereich bei ungefähr 105 Dollar und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Das wäre jetzt mal so der Gameplan für die nächsten Stunden beziehungsweise Tage. VeChain auch weiterhin fette Akkumulationsphase. Wir sind auch hier die 4 Stunden EMA Ribbons weiterhin als Widerstand, Volumen, absolut Mangelware. Also es nimmt hier wirklich keine Kaufkraft im Endeffekt zu. Alles wartet, finde ich meiner Meinung nach, immer noch so auf den Move von Bitcoin. Ethereum hat ja ein bisschen nachgezogen, aber Bitcoin gibt einfach immer noch den Takt vor momentan. Deswegen immer Bitcoin auf jeden Fall im Auge behalten. IOTA, 83 US-Dollar Cent. Auch hier befinden wir uns. Naja, die Range ist ein bisschen komisch gezogen. Können wir ein bisschen höher. Sind wir weiterhin in dieser Range im Endeffekt. Hat sich wenig getan. Auch von unten wäre es möglich, dass wir die nochmal antesten. Sieht aber momentan eher nicht danach aus. Wir testen hier eher die 4 Stunden EMA Ribbons. Ansonsten der nächste Widerstandsbereich bei ungefähr 0,95 Dollar. Sobald wir hier wirklich mal ein bisschen Volumen reinkriegen, weil ihr seht es auch hier. Also wir haben überhaupt kein Volumen im Markt. Wir haben weiterhin abfallendes Volumen, kriegen kein höheres Hoch. Wir hatten hier mal ein kleineres. Aber das war jetzt wirklich auch nicht ausschlaggebend, wo ich jetzt sage, okay, das war jetzt Breakout verdächtig. Wir sehen hier endlich mal diesen krassen Move nach oben. Die Altcoins sind momentan ein bisschen am Konsolidieren. Die Bitcoin Dominance verweilt im Endeffekt so zwischen 42 und 42,5 Prozent. Also auch wenig Änderungen hier. Schauen wir uns Engine an. Engine, gleiches Bild im Endeffekt. Konsolidierungsphase mit einem kleinen Abtrend, den wir hier mittlerweile gebildet haben. Also sehen wir hier ganz gut. Wir bilden zumindest höhere Hochs hier und höhere Tiefs erstmal zumindest vorübergehend. Vier Stunden E-Mail-Ribbons sind grün geflippt. Auch hier wäre es vielleicht ganz sinnvoll, dass wir zumindest mal die vier Stunden E-Mail-Ribbons nochmal bestätigen als Support und diesen Abtrend und dann Richtung Monats-Pivot gehen. Ihr seht es aber auch hier. Wir hatten hier Probleme mit den ehemaligen S1-Monats-Pivot. Zwei-, dreimal rejected worden. Jetzt nochmal nach unten neues Volumen holen. Würde ich auf jeden Fall das letzte Hoch hier. Wäre wünschenswert, dass wir zumindest bei 1,90 Dollar ungefähr nochmal rausnehmen, um dann die Reise nach oben hin fortzusetzen. Schauen wir uns noch Phantom an. Auch hier unser Key-Level hält weiterhin diese vier Stunden Demand-Zone, wo ich euch da eingezeichnet habe. Also war im Endeffekt perfekte Trade-Möglichkeit, wer es mitgenommen hat. Monats-Pivot war hier unten, die vier Stunden Demand-Zone war da unten. Jetzt sind noch die vier Stunden E-Mail-Ribbons als Widerstand. Preisziel sollten wir jetzt hier mal ein bisschen Volumen reinkriegen. Ihr seht jetzt hier, krasses Volumen kam rein, wurden sofort wieder abverkauft. Also es ist so gang und gäbe bei Phantom. Krasses Abverkaufsvolumen, krasses Kaufvolumen dafür. Also gibt sich hier die Klinke in die Hand, sage ich mal. Wichtig ist der Bereich hier um 2,41 Dollar. Sollten wir jetzt wirklich mal Schwung kriegen. Hier liegt der 200 EMA plus der Monats-Pivot aktuell. Ansonsten die vier Stunden EMA-Ribbons müssen wir auf jeden Fall nach oben hin durchbrechen. Gut, was haben wir noch? XRP haben wir uns ewig nicht mehr angeguckt, aber auch hier im Endeffekt wenig Endung. Wir hatten hier ein Symmetrical Triangle, haben es nach unten hin durchbrochen, haben aber nochmal die Kurve gekriegt, also haben das Preisziel auf jeden Fall nicht erreicht. Sieht aber jetzt auch nicht wirklich nach einem richtigen Ausbruch aus. Im Endeffekt Volumen, keins drin, also kein wirkliches Ausbruchsvolumen. Haben dann die Kurve gekriegt, befinden uns jetzt inmitten der vier Stunden EMA-Ribbons und in diesem wichtigen Key-Level. Ihr seht es hier drüben, immer wieder Widerstand, Widerstand, Support, Widerstand, dann wieder Support und momentan nutzen wir es einfach extrem als Support und als Range. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das Video. News gibt es momentan keine. Sollte es irgendwelche News geben, werde ich es auf jeden Fall euch in der Telegram-Gruppe mitteilen. Wenn euch das Video wie immer gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst auf jeden Fall ein Abo da, würde ich mich darüber freuen, um den Kanal zu unterstützen. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder, spätestens, oder halt in der Telegram-Gruppe. Und wie immer, Stay Crypto!